Hallo Leute, neue Folge, neues Glück Mal schauen, was wir für Waffen jetzt zur Verfügung haben Bestimmt Bogenschützen, wollte ich mal ausprobieren Ich bin gespannt, wie das ist hier Eine Mistgabe Super Nein War nicht so leicht, sie haben den Bogen Ich bin gespannt, wie sie sind Das war's für heute. Oh Okay, it's about to be breached Okay, Munition Okay, jetzt sollte ich wieder Munition haben Okay, krasser Scheiß im Boden hier Mit dem Vorhalten ist halt krass Okay 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 Nicht so spektakulär wie ich dachte Okay 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 Was ist das? So leicht. Prüber zielen war gut Zielen war gut Ok Komm schon, stop! Ja, nicht übel Also mit bisschen Übung Können das ganz kurz was werden mit den Bögen